Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe der Movie Cannibals. Wie immer bin ich nicht alleine. Hallo Till. Moin. Wir haben uns wieder drei Filme rausgesucht. American Carnage, Wicked Games und Mind Cage. Ob und wie viel wir leiden mussten, das erfahrt ihr hier. Und wir wollen uns mal herzlich bedanken für die Screener. Beginnen wir mit American Carnage. Erscheint am 05.05. auf Blu-Ray Disc hat eine FSK 16 und geht 100 Minuten. Till, um was geht's? American Carnage. Stimme ölen. In American Carnage geht es um ein neues Gesetz eines nicht ganz so coolen Bürgermeisters. Und zwar, wie heißt er denn hier? Harper Finn. Der wurde zum Gouverneur eines US-Bundesstaates gewählt und möchte jetzt gerne seine Wiederwahl sicherstellen und hat es geschafft, natürlich hat er das geschafft, das Gesetz durchzuboxen, dass sämtliche Kinder von Einwanderern, die undokumentiert, also nicht offiziell registriert, dass sie alle verhaftet und eingesperrt werden können. Komplett. Also ja, das ist schon mal ein Gesetz, wo ich sage, okay, aber das ist die Ausgangslage. Wenn man allerdings das Gefängnis umgehen möchte, gibt es die Chance für die Kinder und Jugendlichen, in Anführungsstrichen freiwillig, verpflichtend als Pflegekraft anzubieten. Und wer hätte es gedacht? Natürlich steckt da wieder irgendwas anderes dahinter, das ist ein Trick der Regierung, denn in diesem Seniorenheim muss eine Handvoll Teenagers, unter anderem gespielt von Jenna Ortega, feststellen, dass sie in einer Falle sind, denn die dort untergebrachten Pflegefälle sind seltsam. Irgendwas stimmt da mit denen nicht und daraus entspinnt sich dann dieser... Ja, der Rest des Filmes. Gib's offen zu, was hat dich daran gereizt? Waren's die... Jenna Ortega. Die Namenszugpferde, die vorne drauf prangern, also wir haben neben Ortega haben wir noch Eric Dane und, oh Gott, wie heißt er, Joche... Joche Dias, meinst du den? Nee, Joche Lengborg Junior, der auch bei Bumblebee... Ja, 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 na klar. Ja, wie schlagen sie sich? Ja, sie schlagen sich so semi-gut, würde ich sagen, ne? Es ist tatsächlich, ich fand den Anfang tatsächlich gar nicht so, gar nicht so schlecht, so das, ähm, das Durchprügeln des Gesetzes, es kam relativ aus dem Nichts, das fand ich ganz cool, also man hat nicht gesehen, wie sich die Polizei irgendwie vorbereitet und was jetzt los ist, sondern die wurden dann von jetzt auf gleich irgendwie beim Essen oder so direkt festgenommen, das, was wir so erleben, das fand ich eigentlich alles so ganz cool, hat mir anfänglich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, das fand ich auch, also ich fand den Anfang ziemlich spannend gemacht auch, natürlich gibt's diverse Parallelen zu Trumps Regierung und natürlich auch die Käfige, in die sie dann gesteckt werden. Ja, das kennst du auch, die sehen fast genauso aus. Mhm. Ach, war es so, ach, es ist schwierig, ähm, also am Anfang, das fand ich, fand ich cool, auf jeden Fall, ähm, wie das so, wie das so durchgeboxt wurde, auch wenn's natürlich überhaupt nicht an irgendeinem Ansatzpunkt auch nur logisch ist. Das ist aber egal, aber das war halt so ein bisschen trumpig, so ein bisschen purgig und hat mir soweit, also soweit eigentlich, eigentlich ganz gut gefallen, weil es, wie gesagt, nicht so, nichts Neues ist. Äh, nichts, oh Gott, nichts ist, was man schon kennt, ich verhaspel mich gerade ein bisschen und das bringt ein bisschen frischen Wind rein, wie gesagt, hinten raus, ist nochmal eine andere Sache, aber die Idee hab ich jetzt so, glaube ich, noch nicht, noch nicht gesehen, wenn ich so richtig überlege. Jein, ohne zu viel zu verraten, auf was es am Ende hinausläuft, weil es gibt doch schon einen ganz netten Twist, aber wenn man jetzt halt so ein paar Filmbeispiele bringt, dann wissen die Leute eigentlich schon, worauf es hinausläuft. Ja, das ist dann blöd, ja. Man muss auch zur Warnung aussprechen, also die Ortega hat eine relativ kleine Rolle, also sie ist nicht, sie ist kein Main-Character, sie ist zwar immer wieder da, aber eine wirklich immens lange Screamtime hat sie nicht. Das stimmt, dafür ist auf dem Poster ganz groß drauf, zusammen mit dem Lendeborg Junior. Was mir ganz gut gefallen hat, waren so die Body-Horror-Elemente, die sie zwischendrin haben. Man sieht zwar auch, dass da mal mit CGI viel getrickst wird, aber teilweise dachte ich noch, hey, das sieht doch gar nicht schlecht aus und schmerzhaft. Das fand ich auch, gerade hinten raus, das letzte Drittel, hat es ganz gut gespritzt, ob jetzt mit oder ohne CGI, sah gut aus. Also es ist ja direkt, es ist ja jetzt hier bei uns, wir liefern uns nicht im Kino, ne? Nee, nee, nee. Das war der Festival, Festival, genau. Wenn überhaupt Festival-Film, aber der kommt halt direkt bei uns auf Blu-Ray und DVD raus. Und für so eine Art Produkt sah es wirklich, wirklich ganz gut aus. Und mich hat der Gore hinten raus auch überrascht, muss ich sagen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass dann dann plötzlich nochmal so ganz, ganz kurz so rumgefetzt und gesplattert wird. Nicht viel, nicht lange, aber es war kurz und schmerzhaft. Ja, das fand ich auch ganz gut. Was mich an der ganzen Sache eher gestört hat, waren die teilweise GZSZ-Resteverwertungsdialoge, wo ich mir als gedacht habe, zwischendrin ist alles okay und dann kommen Sachen raus, wo du dir echt an den Kopf langst. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich an der Übersetzung liegt oder ob die auch im Original teilweise so dämlich sind. Aber das hat mich echt ein bisschen rausgeholt, wo ich gedacht habe, ah, ihr habt so gute Ansätze, aber irgendwie, ja, das gewisse Etwas hat mir einfach gefehlt. Ja, das fand ich auch. Das war so ein bisschen, der hatte so ein bisschen Probleme mit seiner, mit seiner Laufzeit von was, was haben wir hier? 100 Minuten etwa. Ja, hier 101, genau. Da ist dennoch ein bisschen zu lang. Also gerade was du so ansprichst, ich fand am Anfang den Aufbau gut und dann diese, ja, diese Momente haben so ein bisschen das Pacing, ja, hart leiden lassen, würde ich sagen. Also es war, es war leider so. Obwohl der Cast jetzt seine Sache gar nicht schlecht macht, finde ich. Also da gibt es schon, da habe ich schon wirklich viel, viel Schlechteres gesehen. Ja, finde ich auch. Ja, sie haben irgendwo, haben sie einen Moment verpasst, wo man hätte das Ganze doch noch ein bisschen aufwerten können. Stehst du auf so gesellschaftspolitisch-kritischen Horror? Ich meine, davon gibt es ja eigentlich nicht viel. Würde jetzt tatsächlich außer Get Out nichts anderes einfallen? Oder halt, oder halt wir noch, ja. Ja, das ist ja, genau, Jordan Peele hat das so ein bisschen, sich so ein bisschen zum Auftrag gemacht. Irgendwie das thematisch so ein bisschen zu behandeln. Da muss ich allerdings sagen, dass Jordan Peele so toll seine Filme auch aussehen. Seine Filme gefallen mir allerdings nicht so gut. Ich finde es trotzdem interessant, weil ich finde das cool, ein Thema zu nehmen und dann zu sagen, hier, pass auf, wir nehmen Thema X und machen daraus einfach hoffentlich einen guten Horrorfilm. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist ja, mit Metaphern arbeiten ja Millionen von Filmen. Und so sehe ich das eigentlich ganz gerne, weil bei Get Out war es klar und bei Wir, lass mich überlegen, das war, ach ja, darf man auch nicht verraten. Ja, siehst du, ach, Jordan Peele macht es einem auch nicht einfach, mal ganz ehrlich. Und dann hatte er auch noch Nope und weiß nicht, hatten die da auch so eine Message? Ach Mensch, ich bin kein Jordan Peele-Freund. Weiß ich nicht, ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ah, okay, ja, ich glaube, da geht es irgendwie ums Land verkaufen, Land dazu zu bringen, sein Land an wen anders zu vermarkten. Finde ich aber, finde ich aber okay, wenn es cool gemacht ist, war bei American College auch wieder die Idee. Cool, die Idee hat mich auch so ein bisschen gehuckt. Ja, auf jeden Fall. Weil ich mir vielleicht auch so ein paar, so ein paar, wobei, naja, sie unterhalten sich ja auch oft. Und du siehst ja auch dann diesen Governor, der dann versucht halt hier seine Wiederwahl zu sichern. Dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr politische Statements mit, aber dann wäre es da wahrscheinlich schon auch wieder von eher auf Polit-Thriller gegangen als auf, in Anführungsstrichen, Horror. Ja, ist auch die Frage, wie viel Politik willst du in so einem Ding auch wirklich haben, ne? Ja, das stimmt. Also klar, die hätten vielleicht, sie hätten für 100 Minuten, hätten sie 10 wegkürzen sollen oder 5 und uns dafür weniger GZS-Zeit geben sollen und vielleicht ein bisschen mehr den Governor. Das wäre, das wäre vielleicht so ein bisschen ideal da. Ja, das hätten sie, das hätten sie, glaube ich, so machen können. Und ansonsten ist es, glaube ich, schwierig, gerade aufgrund des Twistes, ja, darüber zu sprechen, was so hinten raus passiert. Aber was du schon sagtest, so ein bisschen die Body-Horror-Schiene, es ist kein Body-Horror-Film direkt, aber das fand ich auch cool. Also die Menschen, die alten Menschen sahen gut aus und das, was hinten raus passiert, wie gesagt, auch. Und das ist eigentlich eine ganz coole Mischung, wenn er ein bisschen mutiger noch gewesen wäre vielleicht. Ein bisschen mehr Gore, also nicht, das ist nicht so Gore-Bauer-mäßig, Till und Sven wollen es wieder splattern sehen, sondern halt so ein bisschen, einfach nur ein bisschen mehr. Dass ich ein bisschen so ein Pay-Off hinten raus habe, ohne, also der Twist alleine hat mir dann nicht gereicht. Nee, es gibt zwar noch einen ganz schönen Kill am Ende, aber, ja, mir war es dann auch so ein bisschen zu, tatsächlich auch zu wenig, war mir einfach auch nicht spannend genug. Also ich konnte mit den Charakteren auch so ein bisschen mitfühlen und alles gut, aber so die echte Bedrohung, na, die hat sich dann nicht so eingestellt bei mir irgendwie, wo ich gedacht habe, ja, okay, hm, ja. Genau, das ist so ein typisches Beispiel für so einen Freitags 99-Cent-Prime-Film. Genau, ja. So, wenn man sagt, okay, ich bin Jenna Ortega-Fan oder, wieso vergesse ich seinen Namen immer, Roche Lendenborg-Junior, den finde ich auch gut. Na, für einen 99-Cent wird der wohl irgendwann mal dann bei diesem Streaming-Anbieter landen. Wird ihn vielleicht auch bei anderen Streaming-Anbietern geben, wir wollen ja hier keine Werbung machen, aber das ist so, ich finde, es gibt so typische Filme, neben denen, die man verpasst hat, Kino oder so, die eignen sich einfach gut als einen 99-Cent-Film. Leiste aus, wenn du es nach einem Monat vergisst zu gucken, hat es nicht so sehr wehgetan und wenn du guckst, ja, war es vielleicht Zeitverschwendung, wenn du es nicht mochtest, aber, ja, das drückt nicht so aufs Portemonnaie und dafür ist das eigentlich ein gutes Ding. Ja, ich fand ihn auch, ich fand ihn nett. Das ist so die richtige, das ist die richtige Umschreibung, finde ich so. Also für mich war das einfach, es war nett und kannst du aber auch wieder vergessen, also gibt es jetzt nichts, wo du irgendwie im Gedächtnis hängenbleibt. Nee, und die anderen, kennst du von diesem Diego Halives, von dem Regisseur, die anderen Filme? Wahrscheinlich nicht, ja? Nee, nee, ich guck viel Scheiß, aber von einigem lasse ich echt die Filme. Nein, aber ich kann, also ein paar Titel kannte ich, Entschuldigung, ein paar Titel kannte ich, aber auch nur vom Hörensagen oder ich hab mal was drüber gelesen, aber, nee, sonst hab ich gar nichts gesehen. Das scheint doch alles noch düsteres Direct-to-DVD-Kram zu sein und ein Joker-Fanfilm. Fallen dir noch irgendwelche Alternativen ein, wo du sagst, ohne, ohne jetzt ein, zwei gewisse Filme zu nennen, die das Ende verraten, wo du sagst, ah, 99 Cent, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht euch lieber das rein? 99 Cent Hellraiser-Filme, die kann man sich immer geben, wenn sie ungeschnitten sind, so. Aber thematisch jetzt nicht, tatsächlich. Außer tatsächlich Jordan, außer tatsächlich Jordan Peele. Also, das ist einfach natürlich, das ist kein Vergleich, ne? Die beiden Filme, äh, der Film und die Jordan-Peele-Filme, da sind Welten, aber wenn das alles in einem Paket steckt und für 99 Cent geht man dann auf jeden Fall zu Jordan Peele, weil, nur weil es mir nicht so sehr gefallen hat, was er macht, ähm, der ist ja grundsätzlich sehr, sehr, sehr beliebt und hat sich einen ordentlichen Namen gemacht, dann würde ich da zugreifen, gerade was so politischen Horror-Kram angeht, ja. Genau, ja, was, ich hab nämlich auch Krampfer vorhin auch überlegt und dachte, sag mal, was, was würdest du denn als Alternative nehmen? Ja, Punkt, 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 aber ansonsten wäre mir tatsächlich außer Peele nichts anderes eingefallen. Ja, oder halt, wie gesagt, auch Purge. Purge ist halt auch sowas, es ist halt auch sehr, ähm, gesellschaftskritisch, ne? Gerade so, die, die Waffen, Waffen in Amerika und, ähm, all den ganzen Kram. Ja, wo, ja, ja, ja. Ich würde zwar Purge und woanders da ein bisschen einordnen, aber, also zwar politisch auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Aber halt, ja, zum guten Erstes, ja, Home-Inwich, na, egal, das ist so. Richtig. Dann guckt ihn euch an oder lasst's bleiben. Ihr müsst selbst entscheiden. Wir gehen sofort zum, oh mein Gott, zum nächsten Kracher des Castes und zwar zu Wicked Games. Wicked Games erscheint am 18.05. auf Video on Demand, hat eine FSK 18, geht 87 Minuten und kommt am 2.06. auf DVD Blu-Ray raus. So, worum geht's? Harley will mit ihrem Freund ein super schniekes Wochenende auf dem Landsitz seiner Eltern verbringen, doch ein paar maskierte Freaks haben andere Pläne und beginnen die Jagd auf sie. Wie stehst du zu Home-Invasion? Mag ich. Grundsätzlich erstmal mag ich. Da sind wir ja natürlich, ähm, bei Purge 1, den fand ich allerdings nur so ganz gut, aber ansonsten, ähm, mag ich Home-Invasion ganz gerne. Ich hab letztens, und ich vergesse immer den Namen, ich rede so oft über diesen Film, ähm, der mit Liv Taylor. Hilfe mal. Strangers. Mit Strangers. Oh, ich hab, ich hab dich, äh, ja, ja, genau, Strangers. Nur, nur Teil 1, ich hab dich grad nicht verstanden, weil mir kam grad Avengers an und ich war, muss, ich war kurz. Avengers, Avengers, der Home-Invasion-Film. Genau, der, der erste Teil, der hat mich gut erwischt. Also, der, der macht kein schönes Gefühl. Weder, also gar nicht. Du merkst direkt am Anfang, irgst, die beiden haben irgendwie Probleme, dann passiert nur Scheiße, weil es ist ein Home-Invasion-Film. Und das Ende zieht dir dann nochmal die Schuhe aus, so. Ja, allerdings. Wirklich, ähm, ja. Den hatte ich auch direkt als Alternative draufgeschrieben. Aber, äh, beschaffen, befassen wir uns erst einmal mit dieser filmischen, ja, ich weiß nicht, wie ich's nennen soll. Ja. Also, können wir uns darauf einigen, dass das vielleicht so das faule Ei des heutigen Casts ist? Das faulste? Definitiv, also, ja, das faulste. Das faulste ist es definitiv, ja. Also, man muss sagen, ich hab schon nach den ersten paar Minuten überlegt, ob ich nicht vielleicht einen Krampfanfall vortäusch und das Ding ausmach, weil, also, ja, es war so ein zweischneidiges Schwert. Und auf der einen Seite dachte ich, ja, es wird halt viel gewackelt und man sieht, wie jemand rennt und hin und her und es gibt ganz viele hektische Schnitte. Und ich dachte, naja, gut, okay, wenn das der Anfang ist, mh, aber wenn sich das die ganze Zeit durchzieht, dann hab ich ein echtes Problem. Ging's dir am Anfang auch so oder hast du direkt gesagt, nee, Marke, steh ich drauf? Ich hab am Anfang auch gehofft, dass das jetzt ein ganz cooles Ding wird. Dann hab ich aber relativ schnell gemerkt, ah, irgendwie mit Person XY stimmt was nicht und dann kam noch das Schauspiel dazu. Dann kam die Logik dazu, also die nicht vorhandene Logik und dann hat es sich leider so relativ schnell breitgemacht bei mir, ah, könnte jetzt, könnten jetzt lange, lange 79, so lange geht ja nämlich, Minuten werden. Und das wurden sie dann auch, also es wurde dann noch enttäuschender, als ich gedacht habe, weil er hat ja mich eigentlich erst mal gefreut. Auf was hast du dich gefreut? 18? Auf Home Invasion 18er Horror? Ja, genau, genau, gerade weil ich halt, ähm, ich, ich hab nicht mehr oft dieses richtig krasse Gefühl, boah, das jetzt ist mir aber, das ist mir jetzt aber gruselig und ich hab jetzt irgendwie auch Angst oder, oder Fieber richtig mit mit meinen, mit meinen Charakteren. Und das macht Home Invasion doch manchmal auch echt gut. Ähm, es gibt ein Beispiel, Michael Harnik, Funny Games, so. Das Ding ist halt, das Ding ist komplett, ähm, also da bist du, da kommst du komplett gestört raus, verstört. Hm, Panic Room ist okay, mag ich. Ist jetzt nicht Finchers stärkster, aber den finde ich gut. Und dann haben wir halt noch sowas wie, ähm, Inside, ähm, aus, aus Frankreich. Und da, das ist ein guter Vergleich, das kam mir direkt auf. Wir haben hier im Wicked Games, auch, was du schon sagtest, irgendwie es laufen Schatten rum oder so. Aber für mich war das so, äh, einfach inszenatorisch und von der Spannung und vorher auch vom Spannungsaufbau, war das, war das nichts. Und wenn ich daran denke bei Inside, da ist, nur ein einziges Mal huscht im Hintergrund jemand eine Treppe hoch. Und das war so geil gemacht, dass alleine diese Szene schon komplett mit Wicked Games den Boden aufwischt bei Inside. Deswegen, ja, naja, ist, man hat's, man hat's geahnt relativ schnell. Man kann das schnell ahnen, dass das nicht so der große Wurf wird. Ja, das stimmt allerdings. Also ich hab mal auch das, ich hab nach so nach 10 Minuten dachte ich, oh, wer zum Geier hat eigentlich die Hensons in den Film reingekommen? Ja. Weil der Freund ja aussieht wie einer von den Hensons und ich misse die ganze Zeit auch dieses, hm, bop, bop, die ganze Zeit. Das wär geil. Kann jemand das Ding umschneiden, also die Musik einfach darüber setzen? Das wär mega. Ich hatte die die ganze Zeit im Köschel, hm, bop, 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 du, bop, die ganze Zeit während dem Film. Und es ist halt wirklich, also das Schauspiel zu nennen ist eigentlich schon eine Unverschämtheit, muss man wirklich sagen. Und ich meine auch, ja, erzähl das mal. Nee, schieß los. Ja, ähm, dass als einer von den Schauspielern dann auf dem Boden liegt, vermeintlich tot, ähm, war die Kamera ein bisschen zu nah dran und man hat, man hat noch seine Augen, seine Augenlider sich bewegen sehen, als hätte er was im Auge. Also das ist einfach völlig, völlig egal. Also ist einfach alles egal gewesen. Das stimmt. Also ich finde auch die, also auch die Dialoge, ich erwarte ja bei sowas keine Shakespeare-haften Vorträge oder, oder, oder sonst irgendwas. Aber die sind so dumm, dass es auch wirklich, wirklich wehtut und die, ich nenne sie mal die Home-Invasion-Crew, die da rumwurschtelt, die sind auch so sackhol. Also da stellen sich, da stellen sich ja die, die, die feuchten Banditen bei Kevin allein zu Hause noch schlauer drauf. Ja, ja, das stimmt. Also ich war wirklich, ich hab da hingeguckt und dachte, sie wollen wohl da mich eigentlich verarschen. Ja, leider ja. Ja, das ist, also es kommt keine Spannung auf. Ich hatte so nach, als sie dann an dem, im Landhaus sind, hatte ich direkt halt den Vergleich zu Perch. Weil sie sich ja auch immer so ein bisschen vor den Scheiben rumdrücken am Anfang. Aber das ist halt wirklich, also da ist, wenn man jetzt sagt, ja gut, es ist wie Perch auf Wish bestellt, da ist, also da ist Wish noch sowas wie Nike. Ja, also wir haben hier wirklich fast das unterste Niveau, finde ich, erreicht. Ja, das stimmt. Aber wir sind ja hier auch, um zu warnen, ne? Richtig. Das ist ja, wir wissen manchmal, wir haben ja auch nur die, wir haben ja auch nur die Trailer und da muss man sich halt auch erstmal entscheiden. Mhm. Und manchmal ist es halt nicht so gut. Und da es eh Direct-to-DVD ist, ist ja nochmal die Chance geringer, dass man wirklich ein richtiges Brett bekommt. Aber mir reicht ja auch, mir reicht auch solide Unterhaltung. Ich meine, jetzt hier Wicked Games geht 79 Minuten, da kannst du auch 79 Minuten ein richtiges Brett hinzaubern, wo es richtig abgeht und dann ist vorbei. Haben bei Letterboxd auch nur 142 Menschen gesehen. Generell ist er von 2021, der Regisseur, sagt der dir was, kennst du Ravage? Auch nicht, ne? Nein. Kenne ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das Fazit können wir uns sparen. Das einzige, der Fallen hat, der letzte Kill. Der ist gut. Das fand ich auch. Der ist gut. Das fand ich auch. Das war natürlich auch klar, als man dann dieses Ding da auf dem Rasen, auf dem Gras hat liegen sehen, dann muss was passieren. Aber das machen ja auch viele andere Filme so. Aber da würde ich auch sagen, nein, keine 99 Cent. Guckt euch da gerne alles andere an, was irgendwie Home Invasion ist. Was mir noch ganz gut gefallen hat, weil du jetzt hier Strangers und so gesagt hast, ist Motel mit Luke Wilson. Motel? Den fand ich auch recht spannend, ja. Von wann ist der, weißt du das? Ist das der 80er oder ist das der aus 2000? Der ist aus 2000. Ich weiß gar nicht, wer die andere spielt. Also er ist Luke Wilson und sie ist aber auch jetzt gerade nicht unbekannt. Aber der ist auch gut. Der geht nicht lang. Der ist spannend. Der ist auch, der hat auch, der hinterlässt auch so ein ziemlich ungutes Gefühl. Den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ansonsten haben wir ja relativ, also hast du ja auch schon ganz viele Alternativen gemacht, die man sich besser anzieht. Oder ihr legt euch einfach nur 80 Minuten auf die Couch und schreibt. Genau. Und setzt euch da mit einer Hasenmaske auf. Your Next, gefällt mir noch ein. Der ist auch nicht schlecht. Der ist zwar gar nicht so arg spannend, aber der hat einen... Ja, aber Your Next, genau. Den fand ich, der hat so ein bisschen eine humoristische, ne, einen Einschlag, einen ganz leichten. Der hat mir, also da gibt's, oh ja, da hat er eine Szene mit so einem Mixer hier. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, bitte, 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 weil oft ist es ja nicht mal so, nehmen wir hier Evil Dead von 2013. Da siehst du die ganze Zeit, siehst du irgendwelche Küchengeräte oder Nagelpistole, was auch immer. Und du weißt ganz genau, okay, bitte lass jedes Gerät davon einmal zum Einsatz kommen. Und bei dem Mixer, bei Your Next, habe ich mir das auch gewünscht. Ja, das ist sehr gut, sehr gut, genau. Kann man alles gucken, aber bitte nicht Wicked Games. Dann kommen wir, glaube ich, zu dem Film mit dem hochkarätigsten Cast, den wir, glaube ich, in unserer Besprechung heute haben. Und zwar zu Mind Cage. Mind Cage erschien schon und zwar am 7.4. auf Blu-ray und DVD, hat eine FSK ab 16, geht 96 Minuten rum. Till, um was geht's? Ich lese einfach mal vor, weil es ist schön geschrieben, was wir hier in der E-Mail geschickt bekommen haben. Und zwar, schon fast elegant inszeniert, ein neuer Serienkiller, seine ausschließlich weiblichen Opfer, getötet mit Gift und gehüllt in opulente Kleidung mit riesigen, metallenen Flügeln, erscheinen sie wie gerade erst vom Himmel herabgestiegene Engel des Todes. Aber es muss sich hier eindeutig um einen Nachahmer handeln, denn Arnaud Leferve, der berüchtigte Mörder von sechs Frauen, auch bekannt unter dem Codename The Artist oder Der Künstler, sitzt hinter Gittern. Aber die Details des Falls wurden damals nicht öffentlich bekannt gegeben. Wie kann dann jemand anderes seine einzigartige Vorgehensweise kennen? Denn den Detektives Jake Doyle und Mary Kelly bleibt nichts anderes übrig, als mit LeFevre direkt zu sprechen. Doch diese ist nicht willig, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Immerhin ist Doyle derjenige, der ihm damals auf die Schliche kam. Wie soll's auch anders sein? Nein, das ist Mind Cage. Genau. Also, als ich den Trailer gesehen hab, dachte ich, okay, da hab ich Bock drauf. Ich mag Markovic, Lawrence, ja, ist auch so ein zweischneidiges Schwertkomödien von früher mag ich gerne. Ich mag ihn auch in Bad Boys 1 und 2. Ja, es gibt halt Bad Boys 1 und 2 und dann, wer mag, guckt sich Teil 3 an. Und ich steh auf Serienkillerfilme und auch auf die Jagd, also so Sachen wie 7, dann haben wir noch ein paar christliche Symbole drin, dann haben wir noch ein bisschen Resurrection mit Lambert drin. Und alles, dachte ich, hey, geil, ätzendes Wetter, draußen regens die ganze Zeit, will ich sehen, hab ich Bock drauf. Hab ich auch direkt gesagt, will ich haben, also will ich gucken. Weniger wegen Martin Lawrence, sondern, ja, John Malkovich, der dabei ist als Gefangenerkiller, also als der Künstler. Der hat natürlich auch nicht immer, der hat auch manchmal echte Nulpen dabei, aber der Schauspieler ist an sich erstmal wirklich ein guter Schauspieler. Und dann Martin Lawrence als nicht-komödiantischer Polizist, hab ich halt gesagt, okay, gebe ich eine Chance. Und es ist halt, ne, 7 Vibes trifft auf Schweigen der Lämmer, so wirkte es zumindest für mich, da hatte ich doch echt Bock drauf. Die Erwartungen waren groß, ich muss sagen, ich wurde mittelmäßig gut unterhalten. Also der Film hat, finde ich, ein immens großes Problem und das ist seine Mario-hafte Hüpferei von einem Highlight zum nächsten und da fällt jegliches Talent hinten runter. Beim Malkovich bin ich mittlerweile, der spielt ja auch in fast allem jetzt mit und zwar ganz oft auch in Anführungsstrichen B-Movie-Filmen. Der hat sich da, glaube ich, irgendwie jetzt halt auch mal breit gesessen und gedacht, gut, Geld kommt rein, ich spule mein normales Programm ab, das dürfte schon okay sein. Boah, Martin Lawrence, ja, ich gebe ihm immer wieder gerne Chance. Also ich mag ihn, Komödienfach von früher mag ich ihn sehr gern. Ich habe, glaube ich, auch mal ein oder zwei ernstere Filme mit ihm gesehen, das war der mit Eddie Murphy, ich glaube, der heißt 28 Jahre lebenslänglich oder so, irgend sowas war es. Das war auch eher ernst anstatt Comedy und da war es okay, aber hier muss ich wirklich sagen, die einzige, die tatsächlich habe ich einigermaßen Bock hatte, den Film zu machen, Melissa Roxburgh, die sticht wirklich immens heraus, während der Rest vor Lustlosigkeit und naja, bei Malkovich fand ich es noch okay. Aber wenn ich mir dann ihn angucke und ich habe mit seiner Sean Connery Gedächtnis, The Rock Frisur, habe ich noch gedacht, Kerle, also ich habe einen direkten Vergleich zu, das passt jetzt nicht so ganz, aber zu Con Air gezogen, weil als Heroes the Virus ist er sehr unangenehm und du nimmst ihm auch alles, was er sagt, wirklich ab, aber da dachte ich so zwischendrin, naja, ich weiß nicht. Ich fand ihn, fand ich irgendwie okay, weil es halt, war halt irgendwie solide gespielt, ein bisschen dieses Verrückte bei Malkovich, irgendwie, hat irgendwie gepasst, das hat mich jetzt gar nicht so doll gestört und ich war auch von Martin Lawrence Performance, naja, zufrieden zumindest, weil er ist halt kein super Schauspieler, da habe ich mir gedacht, ja, er wird halt einen Kopf spielen und gut ist, trotzdem war es ein bisschen schlechter vom Schauspieler, als ich gehofft hatte und wie gesagt, die Melissa Roxburgh, wahrscheinlich wird es so ausgesprochen, fand ich irgendwie cool. Die hat mir da drin ganz, die hat mir da drin ganz gut gefallen, aber sonst, was du sagtest, mit dem Hin und Herspringen, das ist genau das, als würde man, als würde man bei sieben einfach immer nur die Morde abklappern und alles wirklich auch richtig toll Geschriebene zwischendrin, einfach sagen, ja, brauchen wir nicht, streich mal raus, so. Und dann nimmst du noch einen Hannibal Lecter, der gefangen gehalten wird und vom FBI oder Polizei befragt wird, nur ohne dieses eklig perfide und dann hast du Mind Cage. Ja, also bei Schweigen der Lämmer haben sie sich wirklich ganz krass bedient. Ich glaube, da haben sie, glaube ich, drei, wenn nicht, sogar fast alles raus, haben wir alles klar, wir nehmen hier, das ist jetzt unsere Clary Sterling und Markovic spielt jetzt den Hopkins und Lawrence, den lassen wir mal schwer schnaufen durch alle möglichen Szenen, hächeln. Wobei mir da tatsächlich auch Robert Knepper besser gefallen hat, als Lawrence, obwohl er nur so eine kleine Nebendarsteller hat, als Sheriff. Stimmt, der war gar nicht schlecht, ja. Und sogar der hat mehr Spiel, also ich war wirklich da gehockt und ich mag den, also ich sehe den erstmal ganz gern, klar Prison Break, aber der kann auch, der kann beides gut, der kann den Assi raushängen lassen, dass du denkst, du bist so ein widerwärtiger Typ. Aber er kann auch den netten Sheriff von nebenan mimen. Das hat mir echt auch, das fand ich gut. Das stimmt schon. Was hier so ein bisschen, also was mich verwundert, bin ja wie ein großer Letterboxd-Fan, der wird richtig abgestraft, also wirklich aufs Übelste. Der hat eine 1,9 von 5 und das finde ich schon, also das finde ich schon krass. Also es war kein super Knallerfilm, aber so, so würde ich den niemals, hätte ich niemals gedacht, dass der so wirklich so untergeht, weil wenn man mal vergleicht, halte ich fest. Wicked Games hat 3,0. Mind Cage hier ist wieder ein schönes Ding zum Miträtseln. Das hat für mich tatsächlich ganz gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin, weil auch der Ehemann, der mal Pastor, Priester, Pfarrer irgendwie war, der kommt halt so ein bisschen komisch rüber, dann kommt Person X komisch rüber und es ist ja eh alles religiös angehaucht. Also das hat für mich irgendwie ganz gut funktioniert, dieses Miträtseln. Die Auflösung ist nochmal eine andere Sache, da interessiert mich ja sehr, wie du das gefunden hast, aber erstmal so vom Miträtseln her. Ja, nein, war's okay, auch nicht. Nee, null, null, gar nicht. Nein, weil einfach durch diese immensen Sprünge von Highlight zu Highlight, also in Anführungsstrichen, ist bei mir alles runtergefallen. Also es ist wirklich auch so diese, und ich mag normalerweise bei so Sachen dieses Investigative und das, ich liebe das bei 7. Das ist gut, ich meine, klar, du kannst nicht jeden, nicht jede Serienkiller hat's gleich auf den Olymp stellen wie 7, weil 7 ist für mich wirklich einfach der beste Serienkiller-Film. Da ist er einfach, das ist einfach der Olymp und alles andere kommt dann so runter. Das ist auch nicht fair, aber hier, hier fand ich es ja nicht immer spannend, weil du springst dann, dann kommt wieder eine Passage, wo du denkst, ah, das sieht ja ganz gut aus. Und dann kommt der nächste Cringe-Moment wie die Voodoo-Priesterin, wo ich, ich war da gehockt, ich hab so gelacht zwischendrin auch und dann, dann, dann kommt die Schießerei mit dem, mit dem Penner. Ja, das war auch so, das war auch so random, ne? Also man, man weiß am Ende vielleicht so ein bisschen wie so, aber das war so, hab mich auch gefragt, wo kommt der Typ her? Aber dann hockst du wirklich da und denkst, ey, da sind die Schießereien bei einer Akte Kanone ja geiler. Das ist so dämlich gemacht, dass, also ich hab wirklich, da hab ich dann, das holt mich komplett raus, da hab ich überhaupt keine, und als dann die, hab ich überhaupt keine, nee, kein Verständnis für sowas. Außer, es wäre eine Komödie, dann hätte ich gesagt, das ist in Ordnung. Ja, das ist, das ist komisch. Normalerweise bin ich da auch, gerade bei solchen Psycho-Thrillern oder Sachen, die sich wirklich auch ernst nehmen, da bin ich nicht so tolerant. Aber irgendwie bei dem, irgendwas ist bei dem Film, wo ich sage, ja, irgendwie war der für mich ganz okay. Und irgendwie konnte ich mich dann auch mit dem Ende arrangieren, mit dem, mit dem Twist, wo ich erst dachte, als, als Person X dann, ähm, dann hervortritt und ich dachte, nee, hä, der war das doch nicht, ne? Also, also, also die, die Auflösung ist, ich hab mir echt an den Kopf geschlagen. Ich hab gedacht, Assema, ist euch nichts Besseres eingefallen? Ja, da haben sie sich halt auch ordentlich bei anderen bedient. Und ich find's ja nicht so schlimm, ich find's ja nicht so schlimm, wenn man sich überall mal ein bisschen was rauszieht. Aber, ja, bei mir ist einfach die Inszenierung, ich fand den null spannend. Die Leichen jetzt nicht irgendwie super erschreckend in Szene gesetzt. Ja, der läuft dann gleich bei der ersten, hockt ein, ein Polizist fast draußen und kotzt. Ja. Wo ich mir denke, sag mal, Kerle, was hast denn du eigentlich in deinem, sag mal, also die Leiche, okay, es ist eine Leiche, sie ist auch ein bisschen drapiert und schön ausgeschmückt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie die Lärme raushängen oder die Haut abgeschmückt oder dass es irgendwie so krass ist, dass sich ein Polizist, der sowas eigentlich tagtäglich, also der Leichen vielleicht also öfter sieht, sich da übergibt. Ja, also fast. Da dachte ich noch. Also, wenn diese, die Leichen irgendwas sind, dann sind sie ja in Anführungsstrichen schön. So, ne? Die sind nicht, die sind nicht verunstaltet, zerfleddert oder sonst was, ja, wie du schon sagst. Das war auch so ein bisschen, ja. Ja, der kann seine Werkzeuge nicht so ganz, nicht so ganz nutzen. Das stimmt schon. Aus irgendeinem Grund war ich aber irgendwie ein bisschen unterhalten. Also, warum auch immer. Ne, also für mich, für mich, ne, ich glaube, ich will mir heute Abend tatsächlich einfach nochmal sieben angucken zum, ich weiß nicht wie oft einmal, und versuchen, das irgendwie zu verdrängen. Es war jetzt nicht ganz so schlimm wie Wicked Games. Nein. Aber ich hatte mir tatsächlich, ich hatte tatsächlich, meine Erwartungen waren schon ein bisschen höher. Ja, weil der Trailer auch gut gemacht war, fand ich. Der war wirklich, der war wirklich gut, ja. Hast du noch irgendwelche super Antalativen, wo du sagst, guckt's euch an? Also, wir hatten ja schon, wir hatten ja schon Dings gesagt. Sieben natürlich, Schweigen Dilemma sind da zwei Sachen. Jeder, der irgendwie Psycho-Thriller mag, der wird an denen eh nicht vorbeikommen. Dann gibt es noch I Saw The Devil. Den gibt es natürlich ganz normal eben bei uns auch im Kaufhaus zu kaufen. Was gibt's denn noch für tolle Psycho-Thriller? Also, ich hab mir noch aufgeschrieben, auf jeden Fall Hannibal, die Serie, die ist mega. Schade, hab ich nie zu Ende geguckt, aber die wurde auch abgesetzt, ne? Ja, die dritte, die dritte Staffel hat ein unbefriedigendes Ende. Man kann's trotzdem, man kann's auch als Abschluss nehmen, aber das wird halt dem Ganzen, was vorher war, einfach überhaupt nicht gerecht. Also, in die Richtung gäbe es noch zum Beispiel Memento, das ist zumindest auch Psycho-Thriller, das ist jetzt ein bisschen anders. Mal Holland Drive, Schweigen Dilemma. Was ist mit Fight Club? Können wir den da mit reinpacken? Das ist eher ein Twist-Film wie Mind Cage, aber sonst nicht. Ich hab noch Zodiac, hab ich noch draufstehen. Den mag ich auch noch sehr, sehr gern. Obwohl er wirklich lang ist, aber er hat halt viel von diesem Investigativen und ich finde auch, der treibt auch so eine, der treibt ja auch so echt eine Unruhe und die ganze Zeit eigentlich so ein ungutes Gefühl. Hinten rein, was hab ich mir noch aufgeschrieben? Ich hab mir noch Mr. Brooks aufgeschrieben. Ach, das ist mir auch sehr gern. Gibt's das denn mit Kevin Costner? Anders? Mhm. Und wenn da überhaupt gar nichts mehr geht, dann halt noch ein paar Folgen Criminal Minds. Ja, okay, ja, da bin ich ja raus. Die sind auch ganz gut. Da bin ich raus. Und man könnte noch, um so ein bisschen die ähnliche Schiene einzuschlagen, es gibt einen Film, der heißt Identität. Der ist von 2003. Oh ja. Der twistet auch so ein bisschen rum. Stimmt. So ein bisschen, ne, ein paar, zehn Leute in einem Motel, sind irgendwie so ein mörderisches Spiel, bla bla bla. Der ist recht vertrackt, das ist ganz okay. Ja, also für dich keine 99 Cent, für mich 99 Cent. Ja. Dann ist das super. Hast du noch irgendetwas oder sollen wir fließen für heute? Ich denke nicht. Dann wünschen wir euch noch gute Unterhaltung und viel Spaß bei den Filmen, falls ihr sie euch anseht. Und bis zur nächsten Folge, ich sag schon mal ciao. Macht's gut, ciao. Tschüssi. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.